So, willkommen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Neukirchen, Tag 2 im LZNK. Wir sind wieder heute auf allen fünf Plätzen live auf YouTube zu sehen. Das heißt, schaut vorbei. Zusätzlich möchten wir aber noch alle Trainer und Spieler und auch die Eltern darauf hinweisen, dass alle Spiele noch im Nachhinein auf YouTube anzusehen sind. Das heißt, wir wollen auch, dass ihr eure Niederlagen oder Siegen noch zusätzliche Informationen herausholt und daraus lernen könnt. Was ihr dafür machen müsst, ihr könnt einfach euer Tablet oder Smartphone nehmen. Ich zeige das mal kurz in die Kamera. Ihr schaut da einfach auf unseren YouTube-Channel. Ihr findet da immer den aktuellen Livestream von allen fünf Plätzen. Und da findet ihr immer den Vortag. Das heißt, wir haben hier jetzt hinten den dritten. Wir klicken da einmal drauf. Wir haben hier alle fünf Plätze. Jetzt schauen wir zum Beispiel am 1er Platz. Ihr sucht euer Match. Ja, macht das noch schnell groß. Wir haben hier Platz 1. Ihr schaut einfach hin zu eurem aktuellen Match. Jetzt leidet es ein bisschen. Und ihr könnt euer Match noch einmal Revue passieren lassen und noch einmal alles anschauen. Das heißt, schaut auch noch einmal da die Matches von gestern an. Wir freuen uns auf euch. Bis heute. Derde.